Ohhhh! Los geht's! Guten Morgen, wir nehmen euch heute mit auf einen kleinen Trainingstag. Heute stehen Tempoläufer an, die ersten hier oben, also für mich zumindest, Franky hat ja schon welche gemacht. Ja, wir wollen 2000er machen und ja, mal sehen wie das wird hier auf 2000 Meter Höhe. Ja, es wird eine spannende Geschichte mit Laktatabnahme und dem ganzen Programm, also hochprofessionell. Freut euch drauf, es wird wieder witzig. So ihr Lieben, jetzt geht es gleich los. Hier im Hintergrund seht ihr unsere kleine Trainingsgruppe. Es hat sich noch ein Franzose dazu gesellt, der hier ein Ultra-Trail-Läufer ist und mit uns mitlaufen möchte. Schauen wir mal, ich denke es wird eine ganz witzige Angelegenheit. Im Hintergrund wird schon hart gearbeitet. Wir haben eine ganz gute Crew heute am Start, so ergibt sich das immer, das ist ziemlich gut und ja, ich freue mich drauf, endlich mal wieder Tempoläufer. In der Höhe. E-Mail-Gäts soll übrigens nicht gebrauchen, aber trotzdem danke für das Kompliment. Das ist ganz ruhig, ruhig reinhauen. Ja, das merkt man auch nicht so. Wunderbar. So, Vorstart Laktat. Achso, lol. 3, 2, 1. Ja, 2, 0. 2, 0, Alter. Wieder Lüe. Das ist ganz schön viel. Oh, das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. Ja, wir warten. Ja, dann. so leute wir haben es geschafft fünf mal 2000 frankie auch fünf mal 2000 war gut frankie hat ja alles im kunden boden gelaufen ich habe glaube ich einen sauerstoff eingeatmet der hier noch so in der luft rum war hier im hintergrund unser medizinisches team nochmal vielen dank und die film crew netflix lässt grüßen flo war halt auch da und unsere franchen guys hello he's watching for tinder i think we got a match so welcome to the wop the without oxygen project so we run one two three four five and then one two three four five we do the impossible one two three four four wir sind jetzt mit der einheit durch und jetzt geht es hier schön ins wasser die jungs sind ziemlich weich wir fahren jetzt zur zweiten einheit los Die Räder im Gepäck. Und Schiffi. Ich auch im Gepäck. Flo kommt nach mit dem Fahrrad. Der will ein bisschen Athletik machen. Wir gehen jetzt wieder ins Spieleparadies. Jetzt kommen wir zu unserer Haupt-Trainingsstätte heute. Der Weitsprunggrube. Schiffi will heute einfach mal die 4 Meter knacken. Er will es so lange versuchen bis er es endlich geschafft hat. Über 6 Meter bin ich schon gesprungen. Das waren keine 4 Meter Schiffi. Über 6 Meter habe ich als Bestleistung. Ja das wollen wir sehen. Aber erst nach den 2000. Locker. Ich bin erstmal warm. 2-0. 2-0 Alter. 2-0 Alter. Also ich sag mal so, wenn ich das am Ende des Programms habe, ist das auch ganz okay. Jetzt werden wir schon mal beim Download.